Ein freundliches Hallo zurück bei Hogwarts Legacy. Wir sind auf 1 Basin und jetzt sind wir Basin gewesen. Nein. Hoppla, Entschuldigung. Nein, nein, ich bin schon weg. Ich habe null Interesse an euch. Oh. Wir. Wir sind auf der Suche. Bei einem geheimen Einhorn. Hazel muss hier irgendwo sein. Betrifikus totalus. Betrifikus totalus. Entschuldigung, ich habe es gespoilert. Tut mir leid. Hazel. The Unicorn. Das lässt sich mir sicher nicht so leicht fangen. Oder? Haha, blöd. Stell dich doch nicht so an. Ja, das war zu erwarten, dass das so leicht nicht geht. Das ist ja auch eins. Einhorn. Unicorno. Ein Schloss. Das muss mal sehr prunkvoll gewesen sein. Na, Junior. Na los, Hazel. Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Ich habe in die falsche Richtung gedreht. Deswegen hat es einen momentlichen Länge gedauert. Und dann hat es zu lang gedauert. So, umdrehen. Werke nach oben drehen. Bis zum vist. Nee, so noch mehr. So, was er ist das? Bis zum nächsten Mal. cuz jetzt Luca Fertig du ahn. Komm schon. Komm schon. Ich werde dir nichts tun. Also nicht wirklich. Komm schon. Da. The second one. Ich bin an Einhornfinger. Ich bin an Einhornfinger. Ich bin an Einhornfinger. Auf geht's nach Hogsmeade. Ja. Wusch. 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 Hallo Leute. Ich habe zwei Einhörner in der Tasche. Ja. Ja. Ich bin an Einhornfinger. Ich bin an Einhornfinger. Ja. 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 Ich bin an Einhornfinger. Ich bin an Einhornfinger. Ich bin an Einhornfinger. Spannend. Ich bin an Einhornfinger. Ich habe eine Ahnung, wohin sie geflogen sein könnte. Ich dachte, wir könnten uns das mal ansehen. Natürlich. Wollen wir gleich los? Ich würde gerne sehen, wie es dem Drachen mit einem Halsband geht. Und sie ist vermutlich ganz wild auf das Ei. Ja. Von Prinzip her immer eine super Idee, mit einem gestohlenen Drachenei vor der Mutter rumzuwinken. Hier sollte es sein. Ich bin sicher, hier finden wir sie. Das Gelände passt zu den typischen Brutorten dieser Art. Ich vermute, so haben die Wilderer sie überhaupt gefunden. Sie haben ihr Lager hier aufgeschlagen und sie beobachtet. Sie holten vielleicht erst sie und dann das Ei. Drachen sind schwer zu bändigen, erst recht, wenn sie Junge haben. Und das weißt du, obwohl du nur hier rumstehst? Du wirst überrascht, wie leicht es ist, wie ein Wilderer zu denken. Schauen wir, ob sie zu Hause ist? Wir müssen nur ihr Ei zurückbringen. Bist du sicher, dass es so einfach ist? Immerhin ist das ein Drache. Hebriden können aggressiv sein, sind aber auch sehr clever. Sie hat schnell begriffen, als du ihr gezeigt hast, wie man aus dem Zelt entkommt. Sobald sie das Ei sieht, wird sie verstehen, warum wir hier sind. Dann können wir die Wilderer ein für allemal erledigen. Wenn du recht hast und wir sie hier finden, wie bringen wir es dann zurück? Ihr Nest ist wahrscheinlich im Herzen ihres Baus, über den sie wacht. Dort dürfte auch alles verkohlter sein als der Rest, könnte ich mir denken. Ähm... Du hast nicht darüber nachgedacht, es zu behalten, oder? Nein. Es gehört ihr. Wenn ich es behalte, wäre ich so schlimm wie die Wilderer. Gut. Dann finden wir den Drachen und geben das Ei zurück. Wunderbar. Wenn sie uns herumfliegen sieht, hält sie uns vielleicht für Angreifer. Oder für Beute. Wir sollten zu Fuß gehen. Oh, und eins noch. Regen wir sie nicht auf. Sie hat wirklich genug durchgemacht. Bereit, wenn du es bist. Okay. Wir gehen in den Bau eines Drachens. Da ist sie. Über uns. Sie hat es sicher heraus geschafft. Oh, gut. Entscheint trug sie kein Halsband wie die anderen Drachen. Okay. Ich halte das immer noch für eine überragend schlaue Idee. Wenigstens scheint sie uns noch nicht entdeckt zu haben. Hoffentlich bleibt das auch so. Zumindest bis wir getan haben, wozu wir hier sind. Hup! Nimm Drachelein. Frist zwei Wölfe. Lecki lecki. Lämnd Stuttgart. Es gibt die Künstler. What? Wäscher. No. Wäscher. Wäscher. Hälikos totell. da ist sie wieder aus der entfernung ich sehe auch die brücke entgegen ihrem zorn nicht zum glück lässt sich das reparieren ich muss nur gerade umschulen so ja ja ich frage mich wie es um ihr sehvermögen steht Äh, wie war das? Ich glaube nicht, dass die Wilderer sie gut gefüttert haben. Und aus der Ferne sehen wir für sie wahrscheinlich aus wie Schafe. Hebriden lieben Schafe. Das sind ja tolle Aussichten. Sehr begeisternd, wirklich sehr schön. Finde ich immer super. Erst zu einem Abenteuer locken. Und da kann schon nichts passieren. Was soll schon passieren? Wir bringen einer Drachendame ihr Ei zurück. Das würdest du schon die Hübel nehmen. Und dann, wenn wir so mittendrin wissen, mal eigentlich, äh, eh nicht mehr zurück kann, dann, boah, sie würde uns wahrscheinlich umbringen. Ansonsten ist alles gut. Oh je, sie muss sehr hungrig gewesen sein, um ein Grapphorn zu fressen. Oder sie war auf einen Kampf aus. Hm. Nur immer weiter so, nur immer weiter demotivieren. Ich glaube, sie hat euch gefunden. Wenn sie jetzt noch ein gutes, äh... Ja. Okay. 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 Nö. Vorsicht! Das ist ihr Revier und sie wird weiter so. Wir müssen nur das Nest erreichen. Das ist plötzlich leicht. Kein herzlicher Empfang. Nö. Ach. Hat was von einem Kaminfeuer? Gutes Zureden bringt vermutlich nichts. Nö. Ich würde es ja versuchen, aber dafür ist es gut. Du musst zu der Öffnung unter ihr. Ja. Ja. Das ist gar kein Problem. Lass uns nur noch mal kurz ein bisschen ausruhen. Vorher weiter rennen. Ja, ja. Du verschwindet! Ja, die steht doch vielleicht wieder vor uns. Sie hat noch einen zweiten Eingang zu diesem Nest. Sie ist noch nicht bescheuert. Was ist das Nest? Wir sind fast da. Warum sind alle Brücken zerstört? Repare. Vielleicht, weil Drachenmama nicht will, dass wir da gehen können? Kommen wir hoffentlich ohne viel Aufhebens hier weg. Wir sind ein wenig. Herr, wir müssen hier wieder aufhebens. Ich bin ganz verletzter. Wir sind da. Wir sind ein wenig. Das ist kein überraschtes Keuchen. Das ist... Also da ist man nicht mehr überrascht, glaube ich. Das weiß ich nicht. Jetzt mal... Atemberaubend. Und hast du gesehen, wie clever? Sie ließ uns komplett in Ruhe. Ich glaube nicht, dass sie nicht so sind. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück willst. Andernfalls. Ich bin noch nicht bereit, wozu zurück zu gehen. Ich würde es dir nicht übel nehmen, wenn du jetzt erstmal genug von Drachen hast und lieber zum Schloss zurück gehen willst. Ich bin noch nicht bereit. Ich wollte noch eine Weile bleiben, wenn du nichts dagegen hast. Mir alles ansehen. Hm, wir könnten wohl kurz Pause machen. Ich bin noch nicht bereit. Ja, wie sie hier wohl gelebt hat. Und wohin geht sie jetzt? Ja, man kann hier noch ein paar Sachen einsammeln. Ich bin noch nicht bereit. Toll, Megapower-Trank. Das lohnt ja mal ja nicht. ora. Galdes Merci. Das war das Wasser. Ach, Properly läuft mir brav hinterher. Das ist ja süß. Egel, 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 Ege. Egel, 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 Ege. Egel, 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 Egel. Egel, 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 Egel Ei. Eidertaus. Eidertaus. Hopp, hör auf, alles kaputt zu machen. wir sind hier nur zu gast ja wenn ich viel verpasst werden wir hier einfach von dem drachen geflohen sind also irgendwie war ja nicht wirklich noch irgendwas zum finden erkunden einsammeln man kann sich das hier alles noch mal angucken ja klar schon schön aber ich frag mich was das mal war hier sieht das schon nach was großem aus faszinierend ich kann einfach nicht fassen was gerade passiert ist brauchst du noch etwas zeit hier nein ich bin bereit zu gehen das bin ich nach der drachenrettung in der hornschwanzhalle erwarte ich außerhalb vom schloss jederzeit angegriffen zu werden verständlich wir haben ja ihren kampf ring sabotiert und ihr drachenei gestohlen stimmt stimmt warum sind sie uns nicht gefolgt das sieht ihnen gar nicht ähnlich ein hinterhalt außer was außer sie haben es doch getan oh nein dass ich das nicht gesehen habe wir müssen los ich brauche eine eule was 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 bitte was was ist denn jetzt da passiert meine damen und herren wie unangenehm wie unangenehm sind die uns jetzt doch gefolgt weil die wissen wollten wo das sachnest ist das wäre jetzt natürlich unangenehm sehr sehr unangenehm wie konnte ich so blind sein was für folgen wird dies mit sich ziehen wir werden es erfahren eventuell vielleicht in der nächsten folge wer weiß das schon bis morgen